ich mache das trotzdem antworten sie mit ja trotzdem hören sie zuerst ein beispiel bist du krank arbeiten ja trotzdem arbeite ich und jetzt sie bist du krank arbeiten ja trotzdem arbeite ich kannst du gitarre spielen viel üben müssen ja trotzdem muss ich viel üben musst du heute lernen sport machen ja trotzdem mache ich sport machst du eine diät einen kuchen essen ja trotzdem esse ich einen kuchen hast du bald prüfungen drei tage urlaub machen ja trotzdem mache ich drei tage urlaub bist du sehr müde heute in eine bar gehen ja trotzdem gehe ich heute in eine bar wünsche sagen sie es höflich hören sie zuerst ein beispiel ich will zwei monate urlaub ich hätte gern zwei monate urlaub und jetzt sie ich will zwei monate urlaub ich hätte gern zwei monate urlaub ich will am wochenende ausschlafen ich würde gern am wochenende ausschlafen ich will wieder yoga machen ich würde gern wieder yoga machen ich will mehr zeit für mich ich hätte gern mehr zeit für mich am samstag will ich im wald spazieren gehen am samstag würde ich gern im wald spazieren gehen ich will andere arbeitszeiten ich will andere arbeitszeiten ich will andere arbeitszeiten ich will mal wieder etwas unternehmen ich würde gern mal wieder etwas unternehmen wir könnten am freitag wiederholen sie hören sie zuerst ein beispiel wir könnten am freitag mal wieder etwas unternehmen wir könnten am freitag mal wieder etwas unternehmen und jetzt sie wir könnten am freitag mal wieder etwas unternehmen wir könnten am freitag mal wieder etwas unternehmen am freitag da kann ich leider nicht und wie wäre es mit einem ausflug am samstag schade das geht leider auch nicht schade das geht leider auch nicht hast du vielleicht lust auf kino am samstagabend hast du vielleicht lust auf kino am samstagabend gute idee aber ich würde eigentlich lieber in die disco gehen gute idee aber ich würde eigentlich lieber in die disco gehen okay dann gehen wir in die disco okay dann gehen wir in die disco in ordnung das machen wir in ordnung das machen wir meine sachen schauen wir mal hey sandra guten morgen na schon in der arbeit ach du hast heute frei ich muss ab 14 uhr arbeiten wo hin gehst du in einen neuen laden ein neues einrichtungshaus du möchtest deine wohnung schöner einrichten ich soll dich beraten du hast meine wohnung noch nicht gesehen na gut wenn du meinst um 10 bei dir wo ist das sonnenstraße 12 sonnenstraße 12 bis gleich hey sandra hallo tim komm rein wow du das ist ja eine tolle wohnung ja findest du was brauchst du hier denn noch ach ich weiß nicht ein toller kerzenständer wäre schön ein paar bunte kerzen vielleicht ein interessantes bild so was verstehst du und das gibt es da alles in diesem geschäft ich denke schon schauen wir mal ja genau schauen wir mal dann sehen wir es schon hier guck mal ist das nicht ein hübsches poster ja ganz nett aber es passt nicht zu meinen möbeln bist du sicher also ich finde eigentlich das nein nein das geht auf keinen fall na schön und der wandteppich dort der ist doch super oder den finde ich noch toller als das poster ich mag keine wandteppiche wahnsinn weißt du was der kostet 50 euro 70 19,99 den nehme ich und die die wird nicht de